In diesem Video möchte ich ganz kurz zeigen, wie schnell und einfach man eine digitale Story mit Hilfe von Comfort und Storymaker aufnehmen kann. Wenn man die App startet, wird man mit diesem Fenster begrüßt. Hier klickt man nun auf das Plus, um eine erste Folie zu erstellen. Jede Folie kann ein Bild halten, mehrere Tonspuren und auch Text. Um ein Bild hinzuzufügen, klickt man auf den entsprechenden Bereich. Hier kann man wahlweise ein neues Bild mit der Kamera erstellen oder ein existierendes vom Handy einfügen. Gefällt einem das geschossene Bild nicht oder hat man das falsche Bild eingefügt, kann man dieses einfach mit einem Klick auf das Mülleimer-Symbol löschen. Gefällt einem das Symbol, tippt man auf den Haken und kommt zurück zur Übersicht. Hier kann man jetzt auch eine Tonspur aufnehmen und zur Folie hinzufügen. Die Tonspur wird direkt über das Mikrofon des Handys aufgenommen und man kann sich die Aufnahme danach gleich anhören. Und genau wie beim Foto kann man auch eine Tonspur, die einem nicht gefällt, mit einem einfachen Antippen des Mülleimer-Symbols löschen. Danach kann man die Tonspur noch einmal aufnehmen. Und das kann man so lange wiederholen, bis man mit der Aufnahme zufrieden ist. Man könnte jetzt auch noch einen Text für die Folie hinzufügen, aber wir gehen weiter. Unsere erste Folie ist nun fertig. Mit einem Klick auf das Plus-Symbol können wir die nächste Folie starten. Und der Prozess wiederholt sich nun. Wir fügen ein neues Bild hinzu. Wir nehmen eine neue Tonspur auf. Löschen diese wieder, nehmen sie neu auf und so weiter, bis wir zufrieden sind mit dem Ergebnis. Aus einer Folie werden so schnell zwei, drei oder beliebig viele Folien. So viele, wie man benötigt, um seine Geschichte zu erzählen. Möchte man übrigens eine bestimmte Folie löschen, so wählt man diese einfach aus und tippt auf das Papierkorb-Symbol. Kleiner Tipp am Rande. Man kann auch gerne mehreren Folien hintereinander dasselbe Foto zuweisen. So kann man einen längeren Text in kleinere Abschnitte unterteilen. Und wenn ein Fehler passieren sollte oder man etwas ändern möchte, muss man nur diesen Abschnitt neu aufnehmen. So, am Ende der Geschichte kommt jetzt noch ein Text. Am Anfang auch. Und dann wäre die Geschichte fertig zum Exportieren. Um die gesamte Geschichte anzuschauen, drückt man einfach mit einem Finger länger auf eine der Folien. Dann startet die Geschichte automatisch. Um die digitale Story nun zu exportieren, drückt man mit dem Finger auf das Drei-Punkte-Symbol und wählt Export aus. Hier gibt es drei verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Wir wählen HTML aus und verschicken unsere Geschichte per E-Mail. Alle, die unsere Geschichte per E-Mail bekommen, können diese einfach in ihrem Browser öffnen und anschauen. Tja, und so einfach kann es sein, eine digitale Geschichte mit Hilfe von Comphone Storymaker aufzuzeichnen. Die App steht zurzeit nur für Android-Betriebssysteme zur Verfügung. Allerdings gibt es ähnliche Apps auch für iOS oder für Mac und Windows. Die App steht zurzeit nur für Mac und Windows.